Warum sind M&M's der perfekte Knabberspaß, immer und überall? Weil die Milchschokolade so lecker ist, oder weil sie so knusprig bunt umhützt sind? Oder weil die Milchschokolade im Mund schmilzt und nicht in der Hand? M&M's Gleich fällt die Entscheidung, da müssen ganz schnell meine Kopfschmerzen weg. Damals beim Examen hat Aspirin ja auch geholfen. Und heute, wir sind einfach das Superteam. Aspirin, immer für dich da. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Mit welcher Geschwindigkeit fliegen, fliegen durch eine Wohnung. Trivial Pursuit, spielen Sie es, dann wissen Sie es. Jetzt zum Verwöhnen das Sheba-Festtagsmenü. Exklusiv zu den Festtagen. Sheba, ein Fest für Katzen. Jens hat keine Probleme mit Pickeln. Er drückt sie täglich aus. Kim hat keine Probleme mit Pickeln, sie hat einen guten Friseur. Toro hat auch keine Probleme mit Pickeln. Er kriegt sie erst gar nicht. Denn mit dem Waschgel von Clearasil bekämpft er ihre Ursachen. Weil jeden Tag Fett die Poren verstopft und sich darin Bakterien vermehren, nimmt er jeden Tag Clearasil. Und so sind Pickel für ihn kein Thema mehr. Clearasil Waschgel extra sensitiv. Ich sag nur, täglich. Bodyguard. Der neue Volvo 440 460. Mehr Kraft. Mehr Kondition. Und extrem schnelle Reaktion. Bodyguard. Der neue Volvo 440 460. Serienmäßig mit ABS und Airbag. Bodyguard. Der neue Volvo 440 460. Bei einem so langen Flug kann sich meine Haut leicht trocken und gespannt anfühlen. Sogar rot werden. Sehen Sie? Entweder ich mache eine Kamillenkompresse, das heilt und entspannt die Haut. Oder ich nehme zweimal am Tag Kamillgesichtscreme. Kamill enthält natürlich heilende Kamille in einer tiefen Formel. Sie kann besonders tief einziehen und effektiv wirken. Dank Kamill fühle ich mich wieder wohl in meiner Haut. Kamillgesichtscreme. Es wirkt Kamill. Es pflegt ihr Gesicht. Ein Whisky aus Ruffis im schattischen Hochland. Mit ungewöhnlich heller Farbe. Die Lippen und Zart malzig im Geschmack. Seit 1840 aus dem Wasser derselben Quelle. Glenn Grant ist schon immer anders gewesen. Glenn Grant. Aus Tradition anders. Es gibt ein neues Haustier. T-T-T-T-Tia. Chia-Pet. Die Tonfigur, die wächst. Es macht Spaß und ist ganz leicht. In Wasser einlegen. Die Samenkörner aufstreichen. Immer bewässern. Und zusehen, wie es wächst. Und jetzt jede Menge Spaß mit einer ganzen Sammlung von Chia-Teddybären, Hunden, Kätzchen, Schafen, Stieren, Schildkröten, Häschen und einem Baum, der ihren Tieren beisteht. Chia-Pets und Bäume. Das wachsende Terracotta. Erhältlich bei Karstadt, Herthel, Horten, Kampo. Eine tolle Geschenkidee. Autsch! Heiß! Autsch! Kalt! Autsch! Häufig die Ursache, schmerzempfindliche Zähne. Nehmen Sie dagegen täglich Sensodyne. Auch mit Flur. Fragen Sie Ihren Zahnarzt. Sensodyne für schmerzempfindliche Zähne. Fenchel, Hummer, grüner Spargel und dazu Blanché. Artischocken, frische Austern und ein Glas Blanché. Lachsforelle, Blattsalate und ein Schluck Blanché. Blanché. Der trockene Franzose mit Niveau. Sie kennen die Große. TDK bringt jetzt die Kleine. Die so aussieht wie die Große. TDK, bespielbare Minidisc. Die Kleine, die es mit der Großen aufnimmt. Papi, zauberst du mir was? Na klar, pass mal genau auf dein Milky Way auf. Milky Way ist so leicht und locker, dass es in Minis schwimmt. Cremi und zack. Und mit von Leckerer Milchschokolade. Abracadabra, es schwimmt. Die Zauberer, die sind friköltere Eder. Das neue Milky Way schmeckt jetzt noch besser. Jetzt gibt es eine neue Sicherheit beim Videokassettenkauf. Die Scotch Marathon Garantie. Garantiert brillanten Video Genuss. Aufnahme für Aufnahme für Aufnahme. 2000 Überspielungen ohne Qualitätsverlust. Neu. Die Scotch Marathon Garantie. Ja, ja, sie geht schick einkaufen. Und ich hab die Racker am Hals. Dauernd muss man rumbrüllen. Ohne Vic Blau hätte meine Stimme längst versagt. Kai Uwe, mach dich schon wieder den Affen. Vic Blau, extra stark, extra frisch. Das ist kaum zu glauben. Aber Dienstag sorgen gleich drei Mann für ihre Unterhaltung. Zuerst Columbo, der einen besonders verzickten Mord Stück für Stück rekonstruieren muss. Passend spürst du's. Direkt danach Quincy. Eine Mutprobe unter Studenten endet für den jungen Casey tödlich. Und anschließend sorgt Dirk Bach auf seine Art für Unterhaltung. Columbo, Quincy und die Dirk-Bach-Show. Dienstag ab 20.15 Uhr bei RTL.